Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Treterinnen und Trader. Mein Name ist Mike Seidel und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zum Webinar am Freitag. Die Woche ist schon wieder fast zu Ende und wir treffen uns freitags ja immer nicht nur, um die Handelsideen für den aktuellen Handelstag miteinander zu besprechen, sondern wir machen auch immer einen Wochenausblick auf der Nachrichtenseite. Wir schauen mal auf große Indizes, wie hier die aktuelle Lage ist. Auch die ein oder andere Währung betrachten wir hin und wieder im großen Bild und dann gibt es freitags auch immer etwas edukativen Inhalt. Mittlerweile mache ich das ja auch so, dass ich das technisch hintendran auch schneide. Das heißt, das Ganze ist etwas zweigeteilt für diejenigen von Ihnen, die sich das Ganze dann später auch noch anschauen möchten. Auf YouTube stelle ich dann diese edukativen Inhalte derzeit in die Playlist ein. Das heißt, wenn Sie mögen, abonnieren Sie ruhig den YouTube-Kanal von Tickmill. Einfach auf YouTube Tickmill suchen und dann finden wir hier die Ausbildungsvideos für Ihren Erfolg. Und dort stelle ich dann immer den entsprechenden edukativen Teil auch ein, dass Sie auch diesen Teil separat von den Handelsideen miteinander betrachten können. Das Ganze hier dann auch immer am Freitag kurz nach dem Webinar auf YouTube eingestellt für Sie zum Anschauen. Und dann geht es heute natürlich wieder um den Blog. Den Blog finden Sie, das möchte ich hier an dieser Stelle auch noch einmal zeigen. Immer jeden Morgen so gegen 8, wenn Sie nicht auf Facebook zuschauen, sondern ganz normal über Internetseiten im Blog von Tickmill. Das heißt, gehen Sie ruhig auf tickmill.de. Da finden Sie viele Informationen über den Broker mit guten Konditionen und einer Menge Symbolen auch zum Traden und natürlich auch den Blog-Eintrag. Und wenn Sie auf Blog klicken, dann kommen Sie direkt hier in die entsprechenden Handelsideen. Sie sehen auch alle Handelsideen der vergangenen Wochen hier entsprechend mit aufgezeichnet. Und wenn Sie draufklicken, dann sehen Sie den entsprechenden Inhalt, um den es heute geht. Heute habe ich vorbereitet. Sie sehen es, das WTI, den Euro-Austral-Dollar und den Euro-Bobble für Sie. Und unten finden Sie dann entsprechend den Link zum Videoarchiv. Hier können Sie dann immer das aktuelle Video sehen. Das aktualisiert sich. Das heißt, wenn Sie in eine ältere Version hineingehen, klicken Sie einfach hier drauf und schauen Sie in die Playlist, welches Video Sie öffnen müssen oder möchten. Dann können Sie sich entsprechend das Video auch mit anschauen. All das, um Ihnen die Arbeit hier so einfach wie möglich zu machen. Dann kommen wir zurück zum Webinar-Inhalt. Wir starten ganz klar mit dem Risikohinweis. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen. Sie riskieren, Ihr investiertes Kapital zu verlieren. Und damit direkt auch zum Überblick über die heutigen Themen. Wir machen ganz klar zuerst die Besprechung der heutigen Handelsideen, weil das ist erst mal das Wichtigste für den jetzigen Tag. Auch die Nachrichten spielen hier eine Rolle. Dann machen wir den Nachrichten-Wochen-Ausblick. Was wird die nächsten Tage auf uns zukommen? Was kann die Märkte hier bewegen? Wir sprechen über die großen Indizes. Wenn Sie mögen, auch Ihre Wunschmärkte. Das heißt, Sie können sehr, sehr gern hier direkt im Chat von Facebook den ein oder anderen Titel eintragen. Und wir schauen dann mal über den Markt, wie die Situation hier aussieht. Und wenn wir das dann auch fertig haben, diesen Teil, dann gehen wir zum Know-how über. Das heutige Thema sind Zeiteinheiten und deren Interaktion. Das hatte ich ja in einem der Webinare diese Woche auch schon angekündigt, dass das auch ein wichtiges Thema ist, damit wir auch Einstiege teilweise sehr früh bekommen, auch unter geringem Risiko. Da macht es dann Sinn, nicht nur eine Zeiteinheit zu betrachten, sondern das Zusammenfließen verschiedener Zeiteinheiten miteinander zu kombinieren. Und da gibt es heute ein wenig edukativen Inhalt in diese Richtung. Was geht heute? Wir sehen es, die Tagesnachrichten. Einige gibt es dann doch. Wir haben um 10 Uhr einen sehr, sehr, sehr wichtigen Termin hier in Deutschland, und zwar den IFO-Geschäftsklimaindex. Der wird um 10 Uhr veröffentlicht. In den USA gibt es dann um 14.30 Uhr die Auftragseingänge für langlebige Güter. Hier die Kernrate für den Monat April. Um 15.20 Uhr spricht der FED-Vorsitzende Paul. Das sind mal die wichtigsten Nachrichten für den heutigen Tage. Es gibt dann hier am Vormittag, Sie sehen es auch noch, den Geschäftswartungsindex, die aktuelle Lageeinschätzung für Deutschland für den Monat von April. Das sind wichtige Informationen. Heute am Nachmittag sprechen dann noch ein paar FOMC-Mitglieder. Und am Abend dann um 21.20 Uhr unser Bundesbankpräsident Weidmann hält auch eine Rede. Weiterhin am Abend, wie jede Woche Freitag, gibt es dann die Daten für den COT-Report, werden hier veröffentlicht um 21.30 Uhr deutscher Zeit. Da können Sie die wichtigsten Informationen der großen Händler hier aus diesen Daten herausziehen und vielleicht den ein oder anderen Content für Ihr Trading mit den entsprechenden Werten auch herausnehmen. Weil diese COT-Reports, die zeigen uns ja an, was das Big Money macht, wie sie sich positioniert haben. Und das ist immer wieder auch einen Blick wert, diese Daten ins Trading, gerade im Research, mit einzubeziehen. Das ist häufig nicht für die kleinen Zeiteinheiten geeignet, sondern eher für die mittelfristigen Zeiteinheiten. Aber gute Informationen, die auch ordentlich für Bewegung sorgen können. Und damit würde ich vorschlagen, gehen wir direkt in die Charts hinein. Und zwar fangen wir einfach einmal an mit dem Ölpreis. Das ist auch der erste Titel, den ich für Sie vorbereitet habe im heutigen Blog-Eintrag. Das hatten wir ja vorhin schon gesehen. Der Ölpreis. Wir haben ihn hier. Der Ölpreis ist in diesem Jahr schon sehr, sehr schön angestiegen. Wir hatten hier das Tief entsprechend bei 58 Dollar pro Bärrel Öl fürs WTI. In etwa, wir sehen hier im Tag einen sehr, sehr schönen Aufwärtstrend, der schöne klare Bewegungen und schöne klare Korrekturen uns auch immer wieder gezeigt hat. Und wir haben im Verlauf dieses Aufwärtstrends auch immer wieder Situationen gehabt, wo wir innerhalb der Korrekturen, wie hier beispielsweise der Korrekturbewegungen oder auch der Bewegungen an sich, hier oben Trends, Untertrends gebildet haben. Und hier habe ich das für Sie mal versucht etwas zu skizzieren. Der letzte Teil hier sozusagen, was ich hier in blau eingezeichnet habe, das ist die Bewegung des schwarz markierten Trends sozusagen. Und diese Bewegung hat einen Untertrend gemacht. Und durch die negativen Nachrichten vom Ölreport diese Woche Mittwoch ist der Markt hier doch deutlich in die Korrektur hineingelaufen. Wir sehen es, dieser blau eingezeichnete Bewegungstrend ist mittlerweile so weit korrigiert, dass wir am Korrekturtief um die 70 Dollar unten angekommen sind. Wir können mal kurz drauf schauen, wo das Tief hier war. Wir hatten es hier 70,20 Dollar. Das ist ein Bereich, wenn dieser Trend bricht, dann ist das jetzt nicht schlecht für diesen großen Aufwärtstrend, den wir hier haben. Aber wir sehen halt, dass dann dieser Bewegungstrend auf Tagesbasis gebrochen wurde. Und das kann uns dann entsprechend in die Situation führen, wenn es hier tatsächlich zu einem Bruch kommt, dass wir tiefere Preise sehen. Die nächste Unterstützung oder das nächste Unterstützungslevel, was wir hier dann haben, wäre erstmal dieser Bereich des Ausbruchs hier um die 69,50. Und dann kann der Markt natürlich noch deutlich tiefer korrigieren. Also ohne diesen Aufwärtstrend hier kaputt zu machen, hätte der Markt ohne weiteres die Möglichkeit, bis hier unten rein in diesen Bereich aus Trendsicht zu laufen. Das ist das aktuelle Trendtief oder Korrekturtief des schwarz markierten Aufwärtstrendes. Bis dahin kann der Markt laufen. Das sind die riesigen, sage ich mal jetzt, für die Long-Position auf der Unterseite. Das heißt, wir haben hier die Unterstützungen im Markt entsprechend liegen bei ungefähr 69,50. Das sind so Major-Support-Levels. Und dann hier unten die 66. Was haben wir hier unten? Knappe 80 in diesem Bereich. Das sind Anlaufpunkte. Zwischendurch gibt es, gerade wer auch in die untergeordneten Zeiteinheiten schaut, immer mal wieder Levels, wo wir durch die Stundentrends auch Auffangpunkte mitfinden können. Das ist dann tieferes Research. Das spielt jetzt hier in dem großen Bild noch nicht unbedingt die große Rolle. Was ist hier an dieser Stelle allerdings noch interessant? Interessant ist die Nachrichtenlage an dieser Stelle. Wir haben ja gesehen, der Markt ist hier nach unten gelaufen aufgrund des schlechten Ö-Marks-Reports. Das war ja die Mittwochkerze hier, diese, wo meine Maus sich gerade befindet. Da haben wir gesehen, der Markt ist runtergelaufen, hat auch an einem interessanten Punkt wieder rumgedreht, um dann wieder hochzulaufen. Aber das hat nicht angehalten. Der Markt läuft jetzt weiter tiefer. Jetzt sind wir hier in diesem Bereich angekommen, was der Unterstützungsbereich dieses Bewegungstrends auch ist. Wenn der Markt hier allerdings sagt, okay, es ist genug der Korrektur, wir laufen wieder nach oben, dann hätte das natürlich die Aussicht, dass wir im Stundenchart hier einen Trendwechsel sehen würden. Der ist jetzt noch nicht da. Wichtig ist halt, wenn man sich das Ganze auf die Watchlist sozusagen zum Umtrehen sieht, dann brauchen wir hier in der Stunde natürlich einen Markt, der einen Aufwärtstrend macht. Und wenn das passiert, wenn sich hier entsprechend in der Stunde beispielsweise ein Aufwärtstrend bildet, der diesen Korrekturrutsch rausnimmt sozusagen, dann hätten wir einen Aufwärtstrend. Das wäre dann eine Indikation für eine Kursumkehr erstmal in diesem Bereich. Und da wäre es dann so, dass wir hier entsprechende Anlaufpunkte auf der Oberseite erst einmal sehen würden. Und die wären dann zu sehen hier in den Bereichen, die ich Ihnen auch gleich einzeichne, um die Hochs, um die entsprechenden Punkte, die wir in dieser Abwärtsbewegung hier nach unten sehen, wo der Markt einfach auch immer mal gehalten hat. Das heißt, die großen Punkte, der Korrektur hoch sozusagen im entsprechenden Abwärtstrend. Das sind dann die nächsten Anlaufpunkte sozusagen, die der Markt uns hier liefert, wo wir in die Preisranges hineinlaufen können auf der Oberseite. Hier ist noch ein etwas untergeordnetes, da hat sich ein untergeordneter Abwärtstrend gebildet. Das wäre dann auch entsprechend noch ein weiterer Anlaufpunkt. Dazu müsste es allerdings dazu kommen, dass der Markt hier rumdreht. Das ist auch die Handelsidee, die ich im Blog-Eintrag heute mitgeschrieben habe. Das heißt, hier sollte es in diesem Support-Bereich zu einem Abprall kommen, wir hatten das hier unten ja auch schon mal gehabt, dann wäre es so, dass der Markt hier wirklich hochdreht und die nächsten Anlaufpunkte wären im Stundenchart jetzt hier auf der Oberseite mitzusehen. Und das sind die Dinge, die hier entsprechend auch mit in den Markt mit einfließen sollten. Und wie schon gesagt, Sie sehen es hier, die entsprechende Unterseite immer im Stundentrend mit betrachtet. Wir haben halt hier die Levels, die ich schon eingezeichnet habe hier, wo der Markt dann entsprechend nach unten laufen kann. Und dann entsprechend hier über die Stunde eventuell noch den ein oder anderen Support finden kann. Ich mache das auch gleich mal noch hier in einer anderen Farbe, wenn wir uns das dann im Chart nochmal anschauen, dass wir hier im Tagestrend noch eine kleine Zwischenunterstützung entsprechend mit haben. Also diese Dinge sehen wir hier momentan im Verlauf des Ölpreises. Das heißt, schauen Sie, die Stunde lief bis hier runter, aber wenn es bis hier runter läuft, so weit wollte ich gar nicht zurückschauen, dann wäre halt auch dieser Aufwärtstrend gebrochen. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt passieren wird, aber momentan spielt der Markt halt ein Korrekturbild. Das Ganze ist noch ein bisschen gespickt mit dem nächsten OPEC-Treffen am 22. Juni, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, gibt es ein weiteres OPEC-Treffen mit offiziellen Zahlen. Man munkelt im Hintergrund, dass Russland momentan mit der OPEC spricht, um hier Förderkürzungen aus Venezuela etwas zu kompensieren. Dann stellt sich halt einfach nur die Frage, ob die rohe exportierenden Länder überhaupt gewillt sind, den Ölpreis entsprechend aufzufangen, sondern sie können ja einfach mit dem Öl, was sie produzieren, mit höheren Kosten, mit höheren Preisen mehr Geld verdienen. Also es wird sich zeigen, was hier entsprechend die OPEC am 22. Juni auch noch sagen lässt. Es bleibt momentan spannend. Die Unsicherheit ist da. Sie sehen es, wir haben momentan mal wieder eine schöne Korrektur. Und was daraus wird, wir werden es sehen. Wie schon gesagt, kurzfristig hier das Unterstützungslevel. Wir werden sehen, ob es hält. Wenn nicht, dann sind die nächsten Anlaufpunkte auch schon ganz klar hier entsprechend mit fixiert und in der Handelsidee auch mit eingeplant. Kommen wir zum Währungspaar Euro-Austral-Dollar. Das ziehe ich auch wieder gleich mal in den Tageschart hinein. Die Situation, die ich für Sie hier beleuchtet habe, Sie sehen es auch schon eingezeichnet, ist folgende. Wir haben hier entsprechend im Markt eine Situation gehabt, in der die Preise in den letzten Tagen doch sehr, sehr, sehr stark, ohne, sage ich mal, tagesmäßig ordentlich umkehrend zu sehen. Das heißt, wir haben immer eigentlich starke rote Kerzen gesehen. Hier zwischendurch mal die ein oder andere Kerze mit Unentschiedenheit, wo der Markt einfach weiter nach unten gefallen ist, ohne dass mal so etwas wie hier eine Korrektur entsprechend stattgefunden hat. Und diese Situationen, die sorgen, können Sie sich vorstellen dafür, dass es wie so eine Art Gummiband ist. Dieses Gummiband wurde hier oben angefangen zu dehnen und das wird immer, 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 immer weiter gezogen. Und irgendwann kann es halt dazu kommen, dass dieses Gummiband so weit gedehnt ist, dass es zurückschnäpst. Und dieses Zurückschnäpsen wäre dann sozusagen eine kurzfristige Gegenreaktion. Und jetzt haben wir hier gestern im Chartverlauf gesehen, dass der Markt schon mal so ein bisschen weit nach oben geschnuppert hat und dann aber nicht nach unten weiter abverkauft hat. Das heißt, wir hatten jetzt hier eine Kerze, die ist sogar noch leicht grün, die etwas angehalten hat. Und das könnte, wenn der Markt dieses Signal bestätigen sollte, dazu führen, dass wir hier nach oben laufen. Das muss dann allerdings auch sehr, sehr dynamisch kommen, weil wir sind ja, das sehen Sie auch, ich habe ja schon häufig darüber gesprochen, es ist immer gut, wenn man die Trendverläufe im Kopf hat. Wir sehen ja, wir sind übergeordnet momentan abwärtsgerichtet hier. Das ist ja ganz klar erkennbar. Das heißt, wenn so ein Reversal kommt nach so einer Überdehnung, dann sollte diese Überdehnung wirklich mit Schmackes abgebaut werden. Das heißt, hier entsprechend läuft der Markt, dann muss mit Schmackes nach oben laufen, richtig Schwung. Wir sind jetzt hier auch kurz vor einem Unterstützungsbereich. Also das heißt, diese Kerzenkombination oder diese Kerze, die wir hier haben, in Kombination auch mit diesem Widerstandsbereich oder Unterstützungsbereich, den wir jetzt hier unten haben, kann wirklich dafür sorgen, dass der Markt hier nach oben schiebt. Und das schauen wir uns mal ganz kurz in der Stunde an. Was muss in der Stunde passieren? Wir brauchen in der Stunde sozusagen die Situation, dass der Markt den Weg nach oben findet. Das, was wir hier gestern gesehen haben, dieser erste Schub, das ist die Kerze, die entsprechend gestern entstanden ist. Der Markt wollte schon mal hoch, hat dann wieder runtergedreht. Aber, und das ist die gute Nachricht an dieser Stelle, er hat hier keine neuen Tiefs gemacht. Und er hat dieses Tieflevel mittlerweile schon sehr, sehr, sehr oft getestet. Das heißt, wenn der Markt hier uns zeigt, er will wirklich nicht drunter, sondern springt nach oben, das wäre dann so ein Bereich, wo wir sagen können, okay, jetzt könnte es wirklich unter Umständen dazu kommen, dass wir hier Dynamik nach oben behalten. Das Gummiband ist weit genug gedehnt und schnäppst jetzt zurück. Da wären dann für dieses Szenario im kurzfristigen Bereich, da darf man die Ziele auch nicht zu weit weglegen sozusagen, weil wir sind immerhin gegen den Markt gerichtet zu einem Trend, wären dann die nächsten Anlaufpunkte hier oben, dieser Bereich von 1.55.2.1.9. Dann hier dieser leichte Bereich hier in diesem Bereich, in diesem Weg, wo wir immer von oben schon mal ein paar Mal getestet haben, ob es nach unten ging. Das wäre dann hier die Ecke von 1.55.4.0.8. und dann hier oben nochmal kurz dieser Bereich, den wir hier haben, um die 1.55.7. Das sind so Marken, die würde ich jetzt für mich als Trading-Idee auch mit im Kopf haben, wo eventuell Ziele reingelegt werden könnten, wo Händlergruppen warten könnten. Das wäre also die Seite, wenn der Markt das Szenario so ein bisschen nach oben spielen würde. Auf der anderen Seite, das ist die zweite Idee, Sie wissen, ich baue da gerne zwei Konstrukte, es kann A oder B passieren. Für den Fall B, dass das Gummiband hier an dieser Stelle reißt, dann wäre natürlich starke Abwärtsdynamik zu erwarten. Das heißt, hier wäre es dann möglich, dass der Markt nach unten rutscht. Wir haben hier relativ nah auch den nächsten Unterstützungsbereich mit liegen. Das heißt, für das ganz kurzfristige Trading, diese Seitwärtsrange, die wir hier entsprechend haben, die könnte tatsächlich auch nach unten aufgelöst werden. Das heißt, hier, ich spreche da von dieser Range, die wir hier in diesem Bereich haben, wo der Markt jetzt sozusagen schon seit einiger Zeit, einfach nur seit vielen Stunden, einfach nur seitwärts entsprechend läuft. Wenn diese Range nach unten gebrochen würde, dann könnte das doch für kurzfristigen Schub nach unten in das nächste Unterstützungslevel sorgen. Das heißt, das ist für das ganz kurzfristige Intraday Trading doch ein interessanter Markt. Muss man halt aufpassen, dass diese Range entsprechend hier nicht zu breit wird, weil das darf hier entsprechend nicht passieren, weil dann kostet das häufig zu viel Raum und die Trades gehen manchmal schief. Aber wenn es dazu kommt, dann wäre hier erstmal der nächste Bereich, wo wir reinlaufen könnten, natürlich hier diese von mir eingezeichnete Unterstützung. Und wenn wir dann die Abwärtstynamik weiterhin bekommen, dann sehen Sie, hier ist unter dieser Unterstützung momentan nicht wirklich viel. Das nächste, was wir hier sehen könnten, wäre hier unten ein Anlaufbereich, den wir haben um dieses Kerzentief. Da gab es immer mal so ein bisschen Drehpunkt. Und das nächste, was dann kommt, wäre erst hier unten in diesem Bereich. Also nach unten hin ist da doch dann deutlich Luft. Also dieses Trading-Szenario, was ich habe, kann sich in beide Richtungen auflösen. Das bleibt immer spannend. Wir haben das auch im Euro-Dollar gesehen, dass die Schübe nach unten dann doch mal relativ heftig ausfallen können. Das alles sind hier Dinge, die können in diesem Währungspaar auf uns warten. Das heißt, spannende Geschichte hier im Euro-Austral-Dollar. Und dann schauen wir einmal ausnahmsweise, muss ich fast sagen, wieder in den Zinsbereich hinein. Ich habe für Sie heute mal den Euro-Bobbel mit auf der Uhr, auch hier im Bereich des Tagescharts. Was hat mich gestern interessiert beobachten lassen? Es hat mich interessiert beobachten lassen, die Tatsache, dass wir hier im Chart eine Situation haben, dass der Markt von hier unten rauskommt mit einem sehr, sehr starken Schub nach oben. direkt erst mal diesen untergeordneten Abwärtstrend gebrochen hat. Also diesen vorherrschenden Abwärtstrend, den wir hier hatten. Das ist Nummer 1. Und Nummer 2 ist halt ohne irgendwelche Pausen direkt hier oben in diesen Hochbereich reingelaufen. Das Hochbereich hier entsprechend aus dem März, von Ende März um die 131, knappe 9, was wir hier oben im Hoch hatten. Einfach reingeschossen, ohne irgendwelche Pausen. Da gibt es jetzt hier an dieser Stelle wieder dieses Spannungsfeld, dieser Widerstandsbereich hier oben. Der hat ja hier Ende März, Anfang April schon mal dafür gesorgt, dass die Preise eine Weile hier oben drin gehalten haben. 1, 2, 3 Tage. Und danach ist der Markt deutlich nach unten gekommen. Dieses Szenario kann jetzt hier auch wieder anfallen. Das heißt, hier gibt es wieder zwei Strategiemöglichkeiten. Die Strategie Nummer 1 oder das Szenario Nummer 1 ist, dass wir einen Abprall bekommen. Das wäre dann die Situation, wie wir sie hier hatten. Szenario Nummer 2 wäre, dass der Markt doch deutlich nach oben ansteigt. Und dann haben wir hier, ich mache mal ganz kurz das Marktübersichtsfenster weg, dass wir etwas mehr Historie sehen. Wenn der Markt nach oben schiebt, haben wir hier natürlich auch noch ein paar Anlaufpunkte im Markt, die wir sozusagen hier abfuhrstücken könnten, wo der Markt reinlaufen könnte auf der Oberseite. Das heißt, hier bleibt es sehr, sehr interessant. Dann bietet der Markt die Gelegenheit, dass wir nach oben hinauslaufen. Dann wäre es tatsächlich so, dass wir diese Bereiche hier oben im mittelfristigen Markt, diese Hochpunkte, die wir hier hatten, um die 132, 1, 2, 3. Hier oben haben wir noch einen liegen, 132, 2, 2, 8. Und dann dieses Level hier oben von 132, irgendwas um die 5. Und schauen Sie, hier oben haben wir schon die nächsten. Da kann es durchaus doch zu etwas Dynamik, zu etwas starker Aufwärtsbewegung kommen, wenn der Markt wirklich den Weg findet, über diesen Hochbereich hier oben hinaus zu drehen und dann entsprechend die Setups in diese Richtung auch gestalten zu lassen. Also hier, das wäre das Szenario entsprechend für den Ausblick mit die Sichtweise auf den Chart, wer kauft entsprechend nach uns. Weil wenn wir eine Longposition verkaufen wollen, brauchen wir ja Käufer. Und hier haben wir dann tatsächlich doch auch einige Marken im Chart liegen, in die der Trend sozusagen hier hineingeschoben werden kann. Also dieser starke Move. Das wäre die eine Geschichte. Das ist Punkt 1. Wenn wir einen Abprall bekommen sollten, dann ist natürlich ein Blick in die Unterseite interessant. Und das wäre dann hier tatsächlich der Bereich, den wir hier unten liegen hatten. Und da, Sie sehen es auch schon in den Magenta markierten Bereichen, da habe ich mal im Stundenchart geschaut, wo hier interessante Anlauflevel werden. Das heißt, wenn der Markt tatsächlich schwach werden sollte, dann gäbe es die nächsten Anlaufpunkte hier unten in diesen Bereichen, hups, das war der falsche Knopf, in diesen Bereichen von 131,484, beziehungsweise dann hier unten 131,234. Hier gab es immer mal so Drehpunkte, bevor es dann nach unten geht. Das Ganze, wie ich schon gesagt habe, habe ich für Sie aus dem Stundenchart herausgesucht. Ich zoome den für Sie auch noch mal kurz ein bisschen kleiner. Sehen Sie, wir haben da diesen Aufwärtstrend, der schön nach oben gelaufen ist, wo es immer wieder die Korrektur tiefs entsprechend gab. Und das sind dann natürlich die Anlaufpunkte, die wir hier nach unten sehen. Und wenn der Markt beispielsweise hier oben dann Umkehrzeichen geben sollte, dann wäre das die Situation, ich skizziere das mal ganz kurz, das würde dann entsprechend so aussehen. Wir hatten hier eine Bewegung, wir hatten jetzt hier eine Korrektur. Und wenn der Markt jetzt hier nach dieser aktuellen Bewegung beispielsweise umdreht und dieses Level hier bricht, das wäre dann das erste Indiz dafür, dass der Markt da oben doch schwächer zeigen sollte. Und wenn es dann hier entsprechend zu den Bewegungen nach unten kommt, das heißt der Markt hier nach unten schiebt und wir die Korrektur in diesem Bereich auch sehen, dann wäre es hier so, dass wir nach unten laufen können und die Anlaufpunkte dann entsprechend hier im Chart sehen. Im Stundenchart gibt es dann doch den ein oder anderen Hinweis, wo gute Anlaufmöglichkeiten hier für Sie im Chart gefunden werden können. Das also zum Euro-Bobbel-Chart, die Handelsidee hier, basierend auf dem Tageschart für Sie auch vorbereitet. Wie schon gesagt, wenn Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie ruhig die Frage im Chat oder aber stellen Sie den Wunsch nach dem ein oder anderen Chart, den wir auch betrachten können. Und damit gehen wir von den Tagesnachrichten und den aktuellen Handelsideen auf die wichtigen Termine in der kommenden Woche. Sie sehen es aufgeführt von mir. Am Montag ist eine der weltweit größten Börsen, also die US-Börse, was ja die Leitbörse für die Welt entsprechend auch ist, geschlossen. Da haben wir den Memorial Day. Da gibt es also von der Seite her keinen Handel. Ich bin mir auch relativ sicher, das werden wir dann auch bei den Bewegungen in den Währungen und Indizes sehen, dass da bestimmt relativ wenig los ist mit verglichen mit der Zeit, wo die US-Händler auch am Markt mit sind. Am Dienstag gibt es dann um 16 Uhr das CB-Verbrauchervertrauen für den Mai aus den USA. Am Mittwoch gibt es die Arbeitslosenzahlen in Deutschland um 10 Uhr. Um 14.15 Uhr dann die gleichen Daten aus den USA, den ATP-Beschäftigungsindex sozusagen. Und wir bekommen am Mittwoch auch noch das Bruttoinlandsprodukt für das erste Quartal aus den USA. Am Donnerstag bekommen wir dann um 11 Uhr den Verbraucherpreisindex für das Jahr und den Monat Mai. Um 16 Uhr begibt es aus den USA die Informationen zu den schwebenden Hausverkäufen und wie immer am Mittwoch das Thema der Rohöl-Lagerbestände. Das ist Donnerstag. Hier bekommen wir die Informationen am Donnerstag nächste Woche. Entschuldigen Sie, das ist die Macht der Gewohnheit. Und dann am Freitag, am 1. Juni, gibt es am Vormittag den Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland. Am Nachmittag Daten aus den USA. Hier geht es um die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die Arbeitslosenquote und dann um 16 Uhr den ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe. Also Sie sehen, auch in der nächsten Woche wird es von der Nachrichtenseite her nicht langweilig. Es gibt also genügend Dinge, die wir hier im Markt sehen und die für ordentlich Bewegung in den Charts der Indizes, Währungen und Rohstoffe sorgen können. Und damit geht es wieder zurück in die Charts und ich werde für Sie jetzt mal noch einen Blick in den ein oder anderen Index werfen. Wir beginnen hier an dieser Stelle mit dem deutschen Light Index. Da mache ich für Sie einfach mal ein neues Chartfenster auf. Das mache ich von der Optik noch für Sie so, dass wir die ganze Sache wieder in weiß entsprechend gestalten. Und da schauen wir uns die Charts einfach mal auf Tagesbasis an. Hier entsprechend, wie gesagt, ein Blick in den DAX. Einen kleinen Augenblick. Ich brauche mal etwas Flüssigkeit. Nicht, dass die Stimme versagt. Das wäre etwas ungünstig. Okay, also was haben wir hier im DAX? Sie sehen selbst, wir haben hier, wie ich das auch beim letzten Mal, als wir den DAX auch analysiert haben, eine hervorragende Situation gehabt. Ich mache mal ganz kurz die Linie hier wieder schwarz. Da ist der Kontrast etwas besser. Wir haben hier die Situation gehabt, dass der Markt sehr, sehr schön einen Aufwärtstrend hier gebildet hat. Er hat sehr, sehr schön dynamisch nach oben reagiert. Und wir haben hier die entsprechende Linie, die 200er Tagelinie wieder überschritten. Das war ja so die Situation, auf die ich auch hingewiesen hatte, was sehr, sehr spannend war. Wir hatten hier entsprechend diese starke initiale Bewegung, die diesen Abwärtstrend hier rausgenommen hat, gebrochen hat sozusagen. Dann gab es die Korrektur. Und dann war das halt hier oben, dieser Bereich um die 12.600 Punkte Marke, wo der Markt hier so ein bisschen hin und her geschwankt ist und diese dann doch mit ordentlich Dynamik rausgenommen hat. Also das war sehr, sehr schön zu sehen. Und jetzt sehen Sie selbst, hatten wir hier einige Tage gehabt, wo der Markt doch deutlich tiefer runtergelaufen ist. Was wir hier noch gesehen haben, und das ist etwas, dass wir etwas immer im Blick haben sollten, wenn wir hier Kombination von Trends innerhalb einer Zeiteinheit senden. Das sehen wir ja jetzt an dieser Stelle. Ich markiere Ihnen das auch gleich mal. Ich mache die Farbe mal blau. Ich zeichne mal den Bewegungstrend entsprechend für Sie noch mit ein. Das heißt, wir haben hier untergeordnet einen Bewegungstrend gehabt oder beziehungsweise, ja doch gehabt, kann man sagen. Und dieser Trend wurde durchbrochen. Das heißt, hier am Mittwoch und am Donnerstag sind die Kurse deutlich nach unten gelaufen, deutlich unter diesem Tiefpunkt auch drunter gegangen. Das heißt, hier, dieser Bewegungstrend wurde erst einmal gebrochen. Und es ist jetzt hier nicht ausgeschlossen, dass der Markt die 200er-Tage-Linie noch einmal testet. Das sind alles Vermutungen, das ist ganz klar. Das muss man immer sehen. Das hat mit den Erfahrungen zu tun, die wir bei der Betrachtung dieses Index auch haben. Und es kommt doch immer mal wieder dazu, dass Indizes nach starken Bewegungen auch bestimmte gleitende Durchschnitte einfach mal wieder testen. Und hier ist diese Linie, der 200er-gleitende Durchschnitt, der verläuft momentan um die 12.700er-Marke. Das heißt, es kann unter Umständen passieren, dass der Markt wirklich auch bis darunter läuft. Und das wäre ja dann entsprechend auch ein Bereich hier in der Nähe, dieses Ausbruchslevel. Das heißt, die 12.700er-Marke ist erst mal ein Anlaufpunkt. Die sollte im Optimalfall auch nicht unterschritten werden, weil das der gleitende Durchschnitt ist. Es kann aber aus rein charttechnischer Sicht auch durchaus passieren, dass der Markt hier in diesen Ausbruchbereich um die 12.600 läuft, um diesen zu testen, beziehungsweise er könnte ja, wenn es ganz schlimm läuft, rein theoretisch, sogar ohne diesen großen Aufwärtstrend jetzt kaputt zu machen, noch bis knapp 12.300 Punkte nach unten laufen, ohne diesen großen Trend sozusagen kaputt zu machen. Das heißt, hier von dieser Stelle aus her ist momentan so ein kleines bisschen Vorsicht angebracht, was jetzt eine mittelfristige Ausrichtung angeht. Wie schon gesagt, der Bewegungstrend hier ist gebrochen. Wir sehen jetzt hier auf Tagesbasis auch noch kein Umkehrsignal. Was wir haben, kurzfristig agierende Händler, die können natürlich jetzt sagen, okay, wir schauen uns einfach mal die kurzfristigen Trendverläufe an. Wir gucken beispielsweise mal in die Stunde rein, was wir hier haben und da haben wir einen schönen Kursaufstieg oder Anstieg schon wieder gehabt nach oben und wenn wir jetzt entsprechend hier oben drüber laufen würden, dann wäre es ja so, dass wir hier im kurzfristigen Stundenbereich wieder einen Markt hätten, der nach oben läuft. Das wäre jetzt hier sozusagen ein Aufwärtstrend, der entsteht, wenn wir wirklich hier drüber laufen. Rein, sag ich mal, technisch gesehen, das Ganze im Zusammenfluss wäre, dass dann natürlich jetzt hier der entsprechende Abwärtstrend und das wäre ein untergeordneter Aufwärtstrend. Das heißt, Entwarnung ist hier vom Prinzip her erst dann gegeben, wenn wir hier oben über dieses Level drüber laufen und diesen Stundenabwärtstrend kaputt machen, sozusagen der hier da ist. Bis dahin ist das alles untergeordnet. Korrektur muss man sehen, was darauf hinläuft, was daraus wird. Also das bleibt auf alle Fälle spannend. Im großen Bild, wie schon gesagt, denke ich, ist alles gesagt. Der Markt hat hier diesen Bewegungstrend gebrochen, hat ihn rausgenommen und mal läuft momentan hier etwas nach unten. Wie schon gesagt, Fokus ist diese 12.700-Punkte-Marke, wo der SMA 200 momentan verläuft. Das ist nicht ausgeschlossen, dass der Markt darunter läuft. Grundsätzlich, im großen Gesamtbild, ist die Marktstimmung positiv. Das heißt, die Wirtschaft funktioniert ja auch relativ gut. Wir haben gute Nachrichten aus Asien bekommen, was das Thema Handelsbeziehungen angeht. Also all diese Dinge. Es gibt wirklich schöne positive Bilder. Die Wirtschaft läuft vernünftig. Das sind Sachverhalte, die sollten mittelfristig auch für weiter steigende Kurse sorgen. Dann gibt es halt immer so geopolitische Dinge, die wir hier mit beleuchten und wo der Markt einfach drauf reagiert. Und da kommt es halt immer mal wieder dazu, das muss man als Händler auch akzeptieren, dass der Markt auch mal wieder korrigiert. Und das sind dann hier diese heftigen Korrekturen, die wir hier sehen. Das alles hier im DAX. Wenn wir uns das Ganze mal über den großen Teich anschauen, im S&P 500 beispielsweise, dann sehen Sie, das Bild sieht hier komplett anders aus. Komplett. Und zwar haben wir hier eine Situation, dass der Markt eine Formation, eine so eine Seitwärtsbewegung hier momentan hat. Das heißt, das ist ein doch relativ bullisches Szenario, das wir hier haben. Wir haben hier nach dieser schönen, starken Aufwärtsbewegung momentan im S&P 500 eine Seitwärtsbewegung. Das heißt, eine Korrektur über die Zeit. Das Korrekturmuster ist dann sozusagen eine bullische Flagge in diesem Bereich. Wir schwanken hier irgendwo zwischen 2740 und 2700 Punkten, so ein bisschen hin und her. Und wir sehen auch immer wieder, dass die Händler von unten nach oben kaufen. Das heißt, immer wenn wir unten in diesen Bereichen hier ankommen, schiebt es den Markt wieder nach oben. Und da greifen die Händler zu, beide Dippen nimmt man das. Und das sind Dinge, die sind doch Stärke. Wir sehen hier zwar noch keine höheren Hochs. Das heißt, der Markt verabschiedet sich hier oben immer noch ein bisschen. Das kann auch jetzt ein bisschen damit zusammenhängen, dass wir Montag den Feiertag haben. Muss man einfach mal sehen, was daraus wird. Aber hier ist die Lage eine andere. Und hier sollten wir einen Ausbruch nach oben auch bekommen. Das wäre ein schönes, positives Zeichen. Natürlich, wenn der Markt nach unten laufen sollte, dann haben wir wieder den Korrekturbereich bis runter. Und dann ist hier auch wieder als Anlaufpunkt diese 200er-Tage-Linie zu sehen. Im großen Gesamtbild, wie schon gesagt, hier entspannte Lage, schöne Seitwärtsbewegung. Wir sehen nicht diesen massiven Schub, den wir hier bei den europäischen Aktien hatten oder auch beim Nikkei gesehen haben, wo der Markt doch sehr, sehr stark nach unten gelaufen ist. Sondern hier sehen wir sozusagen das Ganze schön in Seitwärtslauf. Wenn wir uns das Bild mal auch in der Stunde anschauen, dann sehen wir auch immer wieder die Trendbewegung nach unten. Und dann schiebt es den Markt sofort wieder nach oben. Und das ist das, was wir hier sehen. Auch kurzfristig interessierte Händler können das Ganze natürlich nehmen für dynamische Bewegungen. Wenn wir Intraday sozusagen diese Abverkäufe sehen und der Markt dann wieder plötzlich nach oben schiebt, das ist natürlich interessant hier zu sehen. Und das können wir auch immer wieder dafür nutzen, dass der Markt nach oben getretet wird im kurzfristigen Bereich. Aber hier beleuchten wir ja momentan mal das große Gesamtbild. Und das sieht hier in den USA doch schön positiv aus. Wir haben eine Korrektur über die Zeit, seitwärts laufend, wenn der Markt nach oben rauskommt, sind die nächsten Anlaufpunkte dann sozusagen erst mal hier oben um die 2760er Marke. Dann haben wir hier noch ein paar Tageshochs stehen hier um den Bereich der 2700, was haben wir hier, 75, 80 in diesem Bereich. Und dann hier dieses Hoch, wenn das rausgenommen wäre, das wäre ja auch wieder sehr, sehr schön und interessant zu sehen für diesen Markt hier oben. Also hier die 2800er wären dann nächste Anlaufpunkte, wenn es zum Ausbruch aus diesem bullischen Korrekturmuster hier entsprechend kommt. Man kann auch als Charttechniker hier mittlerweile eine schräge Linie in etwa drüber zeichnen, wenn man mal diese Bewegung sieht. Wir haben zwar die Ausbrüche nach unten, aber wir haben hier doch Dynamik nach oben. Und das ist das, was doch das positive Zeichen entsprechend ist, was wir hier am Markt haben. Der Markt will einfach nicht runter. Wir haben hier ansteigende Hochkurse und oben irgendwann fliegt der Deckel halt weg, weil der Druck von unten immer größer wird. Das ist also das positive Zeichen von dieser Seite. Und wir schauen noch mal auf den technologielastigen Index. Der steht ja auch schon deutlich höher hier an dieser Stelle. Und auch hier sehen wir, was der Markt gemacht hat. Wir haben hier auch eine Range, eine Schwankungsrange zwischen 6800 und ein paar Ende 40, knapp 45. Und auf der Oberseite haben wir hier die Kante momentan liegen, wo der Markt noch nicht deutlich drüber wollte, bei knapp 7000 Punkten hier in diesem Bereich. Wenn hier auch der Deckel wegfliegt, wir sehen auch hier untergeordnet, schauen Sie mal, das ist ein schöner Bewegungstrend, den wir hier gesehen haben, innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends. Und dieser Trend hat halt korrigiert und läuft jetzt die letzten Tage auch wieder sehr schön nach oben, sehr schön dynamisch hier. Haben wir auch gesehen, und wenn der sich hier oben drüber fortsetzt, dann haben wir hier entsprechend die nächsten Anlaufpunkte im Chart auch schon liegen. Also hier bleibt die Dynamik positiv. Dann sehen wir hier den Weg in die nächsten Hochs auch dran. Und das sind positive Nachrichten, die wir hier haben. Selbstverständlich kann der Markt hier oben auch jederzeit wieder rumdrehen und nach unten korrigieren. Nur das ist etwas, das wir heute hier an dieser Stelle noch nicht sehen. Wir befinden uns hier an diesem Hochbereich und wir werden sehen, wo es reinläft. Einfach muss man noch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Wir haben heute den Tag vor einem verlängerten Wochenende in den USA. Also es kann unter Umständen auch dazu kommen, dass der Markt hier einmal etwas Gewinne mitnimmt und wir etwas nachlassende Dynamik sehen, um dann in der nächsten Woche wieder die Neuausrichtung zu machen, damit die Händler hier über das Wochenende, über das verlängerte Wochenende keine unnötigen Risiken da haben. Ich habe ja auf die geopolitischen Risiken schon einige Worte gesagt. Das heißt, diese Dinge sind hier im Markt auch jederzeit immer mit zu bedenken. Also das zur Analyse einiger großen Indizes. Und damit würde ich sagen, gehe ich dann direkt auf das nächste Thema weiter. Das heißt, wir sprechen ja hier jetzt dann entsprechend über das Thema im edukativen Part, sozusagen den Zusammenfluss der Zeiteinheiten. Ich mache jetzt hier an dieser Stelle mal eine kurze technische Unterbrechung in der Zweitaufzeichnung, damit ich hier die Phase für die oder beziehungsweise das Video für den YouTube-Kanal von Tickmill entsprechend auch mitmachen kann.